Musik Meine liebe Freunde, meine liebe Geschwister, ich grüße ganz herzlich jeden Einzelnen von Ihnen, von Euch, im Namen des Herrn und Heilandes, unseren starken Gottes, Jesus Christus. Wir sind in der Passionszeit und wir wollen heute das zweite Wort oder den weiteren Satz mal uns anschauen, was Jesus vom Kreuz gesprochen, gesagt hat. Und das finden wir in Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 28. Als Jesus da ganz alleine am Kreuz hängen, viele Menschen sind unten, sie reden, sie reden Bödes über ihn, sie spotteten. Aber Jesus in seinen großen Schmerzen, er hat Durst. Und dann ruft er und sagt dieses Wort, mich dürstet. Und das war eine normale Reaktion. Jeder, der gekreuzigt wurde, er wurde ausgepeitscht zuerst, oft ganz schlimm. Und wir wissen, die römischen Peitschen, die waren ganz brutal. Jesus wurde mit diesen Peitschen ausgepeitscht. Und er hängt, er verblutet hier am Kreuze. Das eine, was er ruft, was er sagt, mich dürstet. Er nahm die Schuld und die Sünden von uns ans Kreuz. Und er hängt da und er weiß, dass er bald sterben wird. Aber der Durst kam. Der Durst war so stark. Aber tief im Herzen wusste auch Jesus, dass dieses Wasser ihm den Durst nicht stillen wird. Er sagte eines Tages seinen Jüngern, ich werde von diesem Wein nicht mehr trinken. Ich werde einen neuen Wein trinken, dort in dem Reich meines Vaters. Wenn ich dorthin kommen werde. Er sprach von seinem Tod. Und wir wissen, mein Lieben, wenn wir heute von diesem Wasser trinken, jeden Tag, wir werden immer wieder Durst haben. Aber wenn wir vom Wasser trinken, was Jesus uns geben will, gegeben hat, durch seinen Tod und seine Verstehung, da werden wir nie mehr Durst bekommen. Weil dieses Wasser ist von ihm. Und dieses Wasser füllt unser Herz, unser Geist mit neuer Kraft. Und da hat Matthäus gesagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das sprach er in Johannes Evangelium, Kapitel 7, Vers 37. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wenn wir von ihm getrunken haben, von seinem Wort, von dem Wasser, das von der Ewigkeit heraus zu uns heute fließt, dann werden wir mit ihm in dieser Verbindung bleiben. Wenn wir dieses Wasser, das Wort Gottes Tag für Tag, heute zu uns nehmen, dann werden wir nie Durst haben. Wir werden immer wieder erfüllt und gefüllt von seinem Wort. Und darum wünsche ich uns jedem Einzelnen, dass wir immer wieder das Wort Gottes zur Hand nehmen. Dass wir im Wort Gottes stiller werden. Dass wir im Wort Gottes neue Kraft bekommen. Auch heute, wenn du schwach geworden bist oder Hilfe brauchst, nimm das Wort Gottes. Lese aus dem Wort Gottes. Lese aus dieser Kraft. Darfst du weitergehen in deinen Alltag. Und darum segne ich jeden Einzelnen heute. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir. Ich lade jeden ein zu ihm. Lass uns dort die Fülle der Freude haben. Die Fülle der Kraft bekommen. Auch an diesem Tag. Seid gesegnet. Seid erfüllt mit seinem wunderbaren Wort für heute. Lass uns doch beten. Vater, ich danke dir. Dass du uns in Jesus Christus die Fülle geschenkt hast. Du hast die Fülle uns gegeben. In Jesus Christus. Durch sein Wort. Dass er gesprochen hat damals. Und heute dürfen wir jeden Tag aufs Neues Wort lesen. Und im Glauben anwenden. Vater, ich bete. Auch für diejenigen, die heute Durst haben. Nach dem Wort. Lass sie gestillt werden. Lass diesen Durst gestillt sein. Wenn sie dein Wort zur Hand nehmen. Lass uns heute wieder neu erfüllt werden. Und gestärkt in den Alltag gehen. Danke, Vater, dass du immer und jederzeit bei uns und mit uns gehst. Danke für deinen Sohn, der für uns gestorben ist. Und der für uns die Schuld und Schmach getragen hat. Wir dürfen frei sein. Wir dürfen kommen. Wir dürfen erfüllt sein. Wir dürfen von deiner Liebe. Und wir dürfen gehen mutig in unseren Alltag. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet, meine Lieben.